pause in klein groß oder mittel na gut das wird sich noch ausstellen der dax allerdings der macht tatsächlich erst noch mal pause von der aufwärtsrichtung ihr seht das hier im fünf minuten chart hier unten rechts ich mache das mal ein bisschen größer dass ihr die details ein bisschen besser seht aber ich denke es ist sofort auffällig wir sind immer noch eine abwärtsrichtung ihr wollt und wir sind immer noch sehr wackelig also es sieht sehr korrektiv aus gerade hier hinten das ganze sehr viel hin und her und sieht nicht nach einer starken trendrichtung aus häufig werde gebracht mensch aber das ist doch so eine starke bewegung gewesen das ist doch jetzt auch vom höchsten punkt noch mal so als beispiel es ist doch hier bis aktuell naja gut zweieinhalb prozent ist noch nicht die welt wir sind im fünf minuten chart wohl gemerkt es sieht nach einer großen bewegung aus hier 360 oder 380 punkte oder was es ist ja aber es ist so schwach von der bewegungsstärke von von dem power die dahinter steckt dass ich den eindruck habe das ist nach wie vor korrektiv trotz alledem käufer stehen im moment überhaupt nicht auf dem plan hier hatte man vielleicht mal so ein bisschen die chance das ist das was wir gestern hatten ihr seht das hier relativ zügig hoch wackelig runter aber trigger wäre halt jetzt hier noch irgendwie was relevantes gewesen also so richtig doll ist das alles noch nicht insofern es scheint nach wie vor noch im pause modus zu sein im großen ja sowieso da hat sich nichts daran verändert das kann ich mit euch nicht noch mal durch wenn ihr die videos regelmäßig guckt wisst ihr worauf ich referiere ich habe es mehrmals jetzt erwähnt ansonsten schaut euch gerne die videos der letzten tage an da habe ich das größere bild dann immer mal wieder mit einflecht eingeflochten so also jetzt hier im aktuellen bild beim dax ich sehe es wenig begeisterung aktuell dass man jetzt hier unbedingt auf der long seite los schlagen sollte sollte man jetzt noch shorten ja auch nicht ich habe es ja gerade gesagt die abwärtsseite sieht schwach aus wegen eben korrektiv ich kann mir durchaus vorstellen dass es dann noch weiter runter geht aber wie gesagt die stärke einer bewegung die ich gerne handel die fehlt mir ich mag immer gerne wenn die eine seite sehr stark ist und die andere seite im gegenzug dazu sehr schwach im moment haben wir das nicht so richtig aber wäre das nicht ein long zeichen wenn abwärts jetzt schwach ist dann hier einfach hier drüber long zu gehen ja zur not würde das sogar gehen ich würde allerdings noch besser finden wenn der markt hier diese aufwärtsbewegung ein entsprechendes format eben bringt nämlich in eine schubbewegung und dann wackele ich runter und dann finde ich es fast noch besser dieses hier oder wie auch immer und diese korrektur aussieht wir wissen ja drei wellig abc so in den mittleren bereich rein oder eben mit mehreren kursüberschneidung dann finde ich diese einstiege sogar noch besser als diese hier aber natürlich kann man versuchen hier auf die long seite mit aufzuspringen so richtig glücklich bin ich aber mit so einer bewegung einfach weil das ausmaß zu klein ist also solche trigger finde ich super wenn wir hier unten waren also diese gesamte strecke wieder so halbiert haben das ist das was ich hier im großen im tageschart mal gemalt habe dann wäre das passend aber hier jetzt so im klein der rücksetzer ist ja doch ganz schön wenig ausgeprägt dann finde ich es besser wenn das bild so aussieht ist es denn realistisch beim dax sehe ich das im moment noch nicht aber wenn diese kommt dann ist der verdacht da wenn diese kommt ist der bestätigt und wenn der kommt es ist dann quasi der mögliche einstieg für meine long seite in diesem kurzen bild das kann ganze könnte durchaus synchronisieren mit dem was wir aus amerika haben denn immerhin wenn ich mir das mal angucke wie amerika im moment hier so runtergekommen ist ich muss sagen im fine tuning bild fünf minuten chart gefällt mir das nicht so sehr aber wenn ich mir das so im größeren angucke irgendwann wird auch mal diese abwärtsseite eine kleine zwischen korrektur brauchen aufwärtsbewegung im aktuellen bild beim dao haben wir so eine aufwärtsbewegung und jetzt könnt ihr selber überlegen ist die eher korrektiv ist sie impulsiv wir sehen dass wir steigende tiefsteigende hochs haben das sind typische korrektiv muster die wir hier haben also so richtig die große freude für den anstieg sehe ich ja aktuell noch nicht wer jetzt im moment long ist macht das vielleicht gar nicht mal so falsch denn die letzte abwärtsbewegung hier die ist relativ korrektiv die war noch dreiwellig die ist korrektiv die ist wahrscheinlich auch eher dreiwellig also irgendwie aktuell bin ich mit der long richtung durchaus okay also wer long ist jetzt noch long gehen an der stelle finde ich jetzt erstmal nicht gut finde ich aber wieder dann gut wenn der kurs wann auch immer jetzt von mir soll er noch ein bisschen überschießen das würde für stärke sprechen also wenn wir diese hochs hier also diese linie sozusagen nach oben noch mehr verlassen ist das ja eher ein starkes zeichen aber um mich dann wieder in die aktive seite zu bringen also dass ich auch tatsächlich kaufe da würde ich dann gerne was korrektives irgendwie so einer art dann sehen damit man eben sie okay siehst du die seite ist immer noch schwach so ähnlich wie das was wir hier haben beispielsweise wo man ganz klar sieht ja okay das geht zwar runter aber leute mal im ernst ist doch keine starke bewegungsrichtung im verhältnis jetzt zum beispiel zu so einer bewegung die wir hier haben die wesentlichen korrekturen sind hier und da sind überlappungsfrei noch dazu manch einer wird sagen das ist doch ein fünffäller jawoll kann ich mir vorstellen also das sind alles eher noch bullische szenarien die wir hier haben aber die nächste korrektur könnte ich mir sehr gut vorstellen denkt nur bitte dran wenn die so ähnlich groß ist wie das was wir hier vorne hatten wer das jetzt zeitlich nicht einordnen kann das ist jetzt heute am achten gewesen in den morgenstunden 8.30 bis 11.50 hier so diese abwärtsbewegung beim jones also europäischer vormittagshandel sozusagen wenn wir etwas ähnliches vom ausmaß jetzt hier hinten bekommen dann hat das den anschein als ob wir dann quasi das was ich hier vorne als fünffäller mal so angedacht habe hier eben bekommen also das potenzial vorläufig noch mal so ein bisschen limitiert für die profis unter euch das könnte dann durchaus bestandteil eines flats sein deshalb ist es dann ganz wichtig bevor ihr dann eine aktion ein in der aktion eintretet ob der kurs ungefähr das ist so eine gute maßzahl die hälfte wieder runter plus minus ihr wisst das 38er marke 61er marke so und wenn er diese macht das mal so andeutungsweise bitte dieses exakte niveau noch nicht merken weil es hängt ja davon ab wo das hoch ist aber dann bist du tief hoch mitte bisschen höher ein bisschen tiefer könnt das gerne mit fibo dann ausstatten dann seht ihr das so genauer und wenn ihr seht dass diese marke in etwa so aussieht ihr könnt das vergleichen mit so einer bewegung oder mit irgendwie sowas hier vorne wenn das so aussieht bis darunter dann nicht unbedingt nein auch nicht aus versehen so sage ich immer auf die longseite dann gehen das ist dann kein sehr gutes zeichen geht die bewegung aber auch auf dieses niveau runter aber ebenso also wieder so korrektiv nur eine nummer größer quasi oder so wie hier ja sowas in der richtung so von der optik oder alternativ eben drei wellig dann wäre das hier sozusagen ein wunderbarer möglicher einstieg dann für die longseite dass wir zumindest noch mal ein gutes stück nach oben gehen vielleicht die orientierung ist das hier hoch ist nicht mein favorisiertes bild weil der anfang hier nicht so richtig die sprache spricht der punkt ist nämlich höher als die also ich kann mir das vorstellen dass das passiert aber ich meine erwartungshaltung ist nach wie vor eher für die abwärtsseite das liegt eben einfach an diesen verhaltensmustern steigende tief steigende hochs hier dann passt das nicht so richtig dass wir von hier beginnend jetzt diesen fünf fälle haben aber sicher weiß man das natürlich nicht deshalb ist es so wichtig zu gucken ob wir in dieses niveau in diesen bereichen so eine bewegung haben alternativ so eine bewegung ebenfalls korrektiv drei wellig erinnert euch oder ob wir so eine bewegung haben ja also ihr seht wie die wie die sachen so zusammenhängen wenn ihr nämlich so eine steile bewegung habt ich mache das noch mal so ein bisschen frisch also stellt euch vor ihr kriegt jetzt so ist nur so eine realistische möglichkeit ich will dass ihr eure augen so ein bisschen schult auf das was sie erwarten können und wenn sich das dann ergibt wenn dann eben diese scharfe abwärts bewegung kommt und dann aber wackelig nach oben also genau umgekehrt also im prinzip so ähnlich wie wir das was wir hier hatten wieder stark abwärts hier gut das ist nicht so auffällig vielleicht aber so ähnlich wie wir das hier haben nur umgekehrt eben nämlich immer der starken abwärtsseite und der schwachen aufwärtsseite dann sind das wiederum trigger für die abwärtsseite und möglicherweise das ende dieser aufwärtsbewegung und dass sich das in irgendeiner form noch mal nach unten fortsetzt das hatten wir ja in den letzten tagen angesprochen dass es gar nicht so unrealistisch ist dass der markt noch ein bisschen weiter nach unten unterwegs ist also für den moment finde ich aufwärts noch ganz okay das bleibt auch so lange wir abwärtsbewegungen dieser art haben ihr könnt das immer mal so ein bisschen vergleichen wenn es so ähnlich aussieht ihr könnt euch das ja daneben malen und könnt dann gucken was hat der kurs gemacht im moment haben wir noch gar keine korrektur deshalb können wir es nicht vergleichen alternativ könnt ihr immer dreiwellig dreiwellig ist auch relativ nachvollziehbar irgendwie so a b c wenn ihr sowas hier in der richtung habt das ist auch typisch korrektiv so lange bleibt es aufwärts insbesondere wenn wir dann diese zwischen hochs hier triggern also letzte tief vor letzte tief das hoch hier das wäre jetzt zum beispiel so ein trigger wenn du sowas ähnliches hier bekommt ist das eine orientierung trotzdem bin ich verhalten nur auf der bullischen seite also für intraday nachmittags jetzt hier so lange dieses verhaltensmuster so in der form eben passiert alle super sobald es kippt also schub nach unten wackelig nach oben ist aufwärts erst mal gestorben und es geht wohl eher noch mal in die abwärtsrichtung so ähnlich wie man das hier vorne eben erkennen kann das ist grundsätzlich eine eine geschichte die bei allen märkten natürlich funktioniert und ihr seht das hier beim s&p 500 haben wir hier das ebenfalls sehr ähnliche bild hier anstieg sehr wackelig runter muss wohl korrektiv sein korrektiv ist falsche richtung hier war vielleicht eine gefahr der verwechslung also hier hätte ich gegebenenfalls auch gesagt oh passt man auf steil runter wackelig hoch ja okay aber ich konnte schon nach der ersten spätestens nach der zweiten fünf minuten kerze erkennen das wird es wohl nicht mehr das heißt die verwechslungsgefahr also an der stelle hätte ich mir ein short überlegt da hätte ich gesagt oh jetzt passt mal also nicht an der stelle aber als ich das gesehen machen wir es mal rückwirkend so von wegen an welchen stellen passiert was so noch bin ich bullisch eingestellt bullisch eingestellt und ihr wisst ihr müsst natürlich wenn ihr hier irgendwie bullisch unterwegs seid solltet ihr irgendeine stoppechanismus haben das haben wir mehrmals jetzt erwähnt das könnte irgendwie sowas in der richtung sein ein bisschen weiter weg ein bisschen enger ihr werdet das nie optimal treffen ich mache mir bewusst den etwas weiteren also wenn ihr sagt ich möchte möglichst lange durchreiten dann habt ihr vielleicht den und dann werdet ihr an der stelle hier natürlich ausgestoppt worden weil offensichtlich geht er in die andere richtung gut streng genommen hat er hier sogar überschnitten also es sieht eher korrektiv aus aber weil es sehr sehr schnell war sehr steil wenn er jetzt sagt macht euch sowas drei wellig oder eben noch mal hinten dran mehr wellig mit überschneidung dann hätte ich hier natürlich mein short gesucht und hätte ich dann hier okay ein bisschen tiefer dann muss das irgendwie so aussehen ja irgendwie sowas ach so nee doch nicht also ihr seht überlegt euch so unterwegs zu sein das wird euch nicht immer helfen jetzt kann man sagen ja jetzt bin ich ja ausgestoppt der kurs steigt weiter ja aber das wusste man zu dem zeitpunkt ja nicht deshalb solange der trend ist zieht irgendwie den stopp hinterher das ist eine sehr billige nicht die optimale optimal geht sowieso nicht aber nicht immer die immer beste variante aber es ist eine die euch typischerweise in trendbewegung lange drin hält wenn ihr den super trend nicht habt oder nicht so gerne mögt kann ich auch verstehen da macht ihr alternativ den parabolic die logik wäre die gleiche wird ein bisschen höher ausgestoppt worden parabolic hat den vorteil er sichert euch mehr ab aber wenn ihr pech habt fliegt ihr halt zwischendurch auch mal irgendwo raus und dann ist die frage komme ich wieder rein oder nicht ihr müsst den ja nicht im 55 minuten chart einsatz einsetzen ihr könnt natürlich auch gucken dass ihr sowas im 15 minuten chart dann sind die stops natürlich ein bisschen weiter weg aber dann ist die gefahr zwischendurch raus zu fliegen natürlich nicht ganz so groß hier schon aber gut das war jetzt ja auch erstmal korrektiv hier wir suchen ja immer trendbewegung also ihr seht so ungefähr worauf das hinausläuft so das heißt allerdings umgekehrt wieder jetzt sind wir doch ja relativ stark nach oben unterwegs wäre jetzt warum auch immer long ist muss natürlich wieder den stopp hinterher ziehen keine frage aber im zweifelsfall wenn wir sowas bekommen kann man auch noch mal auf fortsetzung plädieren und sagen naja die seite ist halt immer noch schwach ich gehe noch mal long allerdings weil es fortsetzung ist ist hier eine korrektur schon mehrere korrekturen gewesen was auch immer das hier vereine war aber mehrere korrekturen gewesen das heißt ich kann nicht automatisch sagen dass diese länge noch mal passiert aber wenn ich hier rein gehe bin ich relativ zuversichtlich dass wir das alte hoch noch mal rausnehmen das ist sehr sehr typisch das heißt ich kann natürlich dann an so im zwischenhoch long gehen und dann versuchen bis dahin drin zu bleiben stopp ungefähr dann auf dem einstieg oder in die nähe des einstiegs und wenn er dann wirklich umdreht ja dann habe ich halt zeit verloren nix gewonnen nix verloren so großartig wenn er weiter läuft dann werde ich ja nicht ausgestoppt dann ziehe ich halt auf irgendeine art dieser mechanismen daneben hinterher und sagt dann okay dann passt das schon also ihr seht auch der hier ist er für die long seite aktuell weil eben das noch die starke seite ist allerdings muss ich ganz klar sagen dass die aktuelle bewegungsrichtung naja auch steigende tiefs hier steigen hochs irgendwie noch ganz schön korrektiv aussieht also so richtig für im langfristigen bildung zu gehen so toll sieht das aktuell für mich ehrlich gesagt nicht aus ich mag völlig falsch liegen das kommt durchaus regelmäßig vor dass ich da falsch liegt mit meinen ideen aber wenn die dazu führt dass ich nicht handel habe ich ja höchstens opportunität verloren und die kann ich ja gegebenenfalls bei einem anderen markt dann einsetzen oder in einer anderen situation einsetzen wo es dann wieder gut und besser aussieht und nicht einfach nur ich mache jetzt einfach mal auf gut glück so in diesem sinne hoffe ich dass ihr damit was anfangen könnt ganz liebe grüße toi 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 für euch und an den märkten bis zum nächsten mal